Willkommen zurück bei Attack on Titan. Ja, in der letzten Folge haben wir versagt als Mikasa. Jetzt probieren wir es nochmal. Und ich hoffe, dass ich es endlich mal hinbekomme. Allerdings, das kennen wir ja. Deswegen dürfen wir das überspringen. So, die rasten wir schon direkt, instant auf. So, die rasten. So, die rasten. So, die rasten. So, die rasten. Wir machen jetzt erstmal ganz entspannt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh? Nein, 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 nein. Ja, ist auch wunderbar, wunderbar. Ja, aber kann ich mir jetzt bitte einmal helfen einigen? Ach so. Oh, das war ja jetzt total irritierend. Jetzt gehen noch da unten den Kollegen. Das ist wirklich immer ein bisschen so, wenn man nichts sitzt. Das muss ich bestehen. Ich lasse mir jetzt auch ein bisschen Zeit. Ich mache mir jetzt hier keinen Stress. So. Da ist er auch schon. Der größte. Wobei ich allerdings sagen muss, dass ich das wirklich sehr, sehr, sehr schade finde. Das die Entwickler, die Titanen alle immer wieder haben gleich aussehen lassen. Sobald ich sagen muss, in dem... Oh. Ich muss dazu sagen, dass im Film da gemacht wurde. Auch wenn das jetzt nicht der Fall ist, dass das Film auch nicht eben war. Ja, nervt mich. Ich werde dich da. Ich bin überrascht. Ich bin der Fall, die Nacht. Sobald, weil ich jetzt diesen Formen war. Ich bin der Fall. Ich bin auf den Wind. Ich bin der Fall. Ich bin auf den Fall. Ich bin auf dem Fall. Ich bin bei mir von der Fall auf der Fall von der Fall von der Fall. Wenn du dich so schwer, oder? Ich bin mit ihm. Ich bin einer mit der Fall. In der Fall ist es nur auf den Fall. Auf jeden Fall sind sie... Nein. Nicht gegen den anderen. Dass sie... ... in dem Film richtig gut gemacht wurden. So, das muss ein bisschen besser gehen hier. Der andere hinter mir lässt es schon nach mir. Also ich muss ihn jetzt erstmal sofort umbringen, so schnell es geht hier. Die Zögel hinter mir und vor mir gucken schon, wie wir es sind. Echt? Ich finde hier aber gut, dass der Mami einen Moment gewartet hat hier. Na. Echt jetzt, Mika? Nein, 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 nein. Oh, ich bin jetzt nicht, bitte nicht jetzt. Also das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Guck. Das ist ein Problem, ich weiß nicht. rollen ihm die ollen, ollen, die augen erstmal weg komm, 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 jetzt hier Hüte ich weiß, dass meine Kinder hier sind, aber es sieht gerade nicht anders nein boah, echt? ich brauch mal eine Klinge na kann ich jetzt mal an deinen Arm machen? eh wow ist es ist es ist es so wunderbar, wunderbar, jetzt brauchen wir Oh, klar. Hält das, äh, ernsthaft jetzt? Das ging ja schnell. Mensch, das, äh, hat mir echt gut gefallen. Und ein A. Super, klasse. Frage ist, oh, Geld, 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 Geld. Und ich wollte noch erzählen. Wenn ich ein paar Tage nicht gespielt habe, nehme ich, ähm, also wenn ich dann wieder anfange, ähm, spiele ich immer noch einmal so eine Nebenmission, äh, um wieder reinzukommen. Weil sonst, oh, fällige, oh. Die nehmen das direkt mit. Da fackel ich nicht lange, das nehme ich direkt mit. Und jetzt geht die Musik wieder weg und zack, ist die Musik wieder weg. Ich finde das echt komisch. Oh, die Streitkräfte des Kommandanten haben sich aus der Altstadt zurückgezogen. Jetzt kommt der Hauptteil. No. Ich, äh, hab ich schon mal erzählt, dass ich Amin, äh, Jusha! So, ganz guten Monat trainiert, bla bla bla. Ich mache mich bereit. Was gibt's denn hier? Oh, das könnten wir natürlich... Ach nee, wir... Doch, wir haben genug Geld. Und wenn wir das mitnehmen... Aber ich wollte eigentlich gerne noch ein bisschen Geld sparen, muss ich ja gestehen. Ich spare noch ein bisschen Geld und dann wird richtig, richtig losgelegt. Ähm, brauchen wir nicht. Denn wir haben ja Pferde. Oh, ich hab so keine Lust mit Armin zu spielen. Oh. Ah, es ist... Nur weil es sich mal an Expeditionen handelt, steht kein Grund zur Panik. Das Wichtigste ist, ruhig zu bleiben und sich wie im Training zu verhalten. Jawohl, Sir. Die Einheiten davor machen schnelle Fortschritte. Auch wir werden bald ausrücken. Bist du bereit? Es nützt ja nichts. Gut, mir nach. Hm. Das wird jetzt eine sehr große Freude für mich. Allerdings, ähm... Es ist definitiv reine Übungssache, dieses Spiel zu spielen. Am Anfang ist es katastrophal. Das ist wie bei Dead by Daylight. Am Anfang denkst du, oh, das kriegst du nie hin. Und dann geht's. Und, äh, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass wir es jetzt mit Armin ein bisschen besser hinbekommen. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Also ich mag Armin Ich mag ihn vom Typen her sehr Kann zum Armin sein, aber hier sind wir So 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 Das ist schlecht, ich muss jetzt mal langsamer, ich bin so konzentriert, ich weiß, wenn ich konzentriert bin ich sehr ruhig. Einmal auffüllen, weil es nützt nichts. Wieso eigentlich immer ich? Ja, du bist trotzdem hässlich. Was mein ich? Das ist kabel. Gut, er kriegt mich. Es tut mir so leid, wenn ich nicht so viel spreche, dann bin ich wirklich hinein. Oh, fuck. Ich versuche die Zimmer auseinanderzulocken hier. Hallo. Komm, 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 verdammt nochmal. Dann müssen wir jetzt mal hin. Wir haben die Zimmer, ich würde sie nicht weitermachen. Oder haben sie das mit dabei? Okay, komm. Okay. Ja. Und jetzt? Verdammte Scheiße. Hol' ich mir jetzt erstmal. Zack. Nein. Ja, auch Pferd ist okay, aber ich... Oh. Und nun? Hallo? Hey, die Gasflasche. Nein! Du blödes Miststück. An dieser Stelle sag ich gar nichts, weil ich werde nicht mehr spoilern. Ich bin aber hier. Ich bin nicht von einem Auslaufer. Ich habe das Geist. Das ist das Schnell. Von einem anderen Menschen. Ich bin auch dieser Schnell. Ich bin nicht von einem Schnell. Und der sich das Schnell. Ich habeも die Schnell. Möge! Ich werde ihn nicht töten. Ich habe mich verletzt, was ich? Armin! Hey, du kannst dich nicht? Du kannst dich nicht fahren. Er ist ein Geist, oder? Nein, das ist ein Geist. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Unser Mensch? Ich würde sie an! Wer... ist sie zu suchen? Wenn man so ist, was es... Geh! Ich habe mich nicht für eine Erfolgsverlust. Du musst ja gestehen, ich hab ein bisschen Angst vor ihr. Oh Mann. Einige Titanen können bestimmte Körperteile härten. Leck mich doch am Arsch. Diese gehärteten Teile können nicht geschädigt werden, aber du kannst sie schwächen, indem du stattdessen andere Teile angreifst. Leck mich doch am Arsch. Ich hab echt ein bisschen Angst vor ihr. Du bist auch noch mit Armin hier oder was? Mist, Kuh. Du kannst dich schon immer kacke. Schon immer. Oh, da kommt ein kleiner Steh auf. Ein 7.7 kriegt auch nicht dazu bei, dass ich mich gerade viel volatil. Ich weiß, dass meine Klinge im Arsch sind. Scheiße ist die hier gar nicht. Echt? Nein, 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 nein. Das ist mein Schiff. Das ist mein Schiff. Ach, du Scheiße. Ich kaste das Miststück und sie kriegt jetzt von mir gleich so hart eine rein. Titanen hin oder her. Huh. Huh. Ich wusste, dass sie irgendwann kommen würde, aber ich wusste nicht wann. Und das ging ganz schön schnell. Ich danke euch fürs Zuschauen und... Ich brauche jetzt erst mit Schluck zu trinken. Richtig schöne sprudelige Zelda. Bis gleich und danke fürs Zuschauen. .